Willkommen bei Luxnetic. Heute ist der Tag, wo wir zu unserem Wettbewerbten Gewinner oder Gewinnerinnen auslösen möchten. Das machen wir ganz bequem mit dieser Saatchüssel, mit Pingpong-Bauer drin. Jedes Pingpong-Bauer hat eine Zahl und die Zahl korrespondiert zum zeitlichen Eingang der Anmeldung. Das 1 ist also der, der sich zuerst angemeldet hat und 1324, die oder derjenige, der sich zuletzt angemeldet hat. Und hier rein, nur die gleichseitige Kamera. Hier nehmen wir eins raus und das ist die Nummer 18. Die 18 hat gewonnen. Wer ist die Nummer 18? Wir haben natürlich separate Teilnehmer-Listen, wo alle Zahlen drauf sind. Sauber geschmerzt, wie sich das Datenschutz technisch gehört. Und die Nummer 18 ist die EDIT. Herzliche Gratulation EDIT. Ihr habt ein Dachfenster mit Zubehör inklusive Installationsarbeiten gewonnen. Wir werden uns bei euch diese Tage melden. Und für alle die, die jetzt nicht gefunden haben, haben wir uns natürlich auch etwas überlegt. Und auch euch werden wir kontaktieren. Und an dieser Stelle herzlich Dank allen, die mitgemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Besten Dank.